Hallo zusammen, heute besorgen wir uns einen neuen Talisman, dafür sind wir hier, Fuß der uralten Ruinen. Ihr kommt in dieses Gebiet, in dem ihr von hier aus hier unten durchgeht quasi, dann kommt ihr hier raus und dann könnt ihr hier drunter durchgehen und seid dann hier. So, wir starten hier natürlich von der Gnade aus. Und hier wollen wir auch schon hin, hier ist so ein kleines Lager. Und da ist die Kiste, die wir haben wollen. So, das ist genau hier. Und von hier sind wir gekommen. Und hier in der Kiste ist der Talisman. Da ist er. Der Panschill Talisman. Das ist die passende Item Beschreibung dazu. Kann man immer gut gebrauchen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Talisman. Bis zum nächsten Mal. Euer Diamond. Ja. Nao, wir sind jetzt nicht so.